Musik Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Sims 4 Folge. Hei, 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 ich habe im Off-Eben eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Ja, Semi. Emi hatte ja das Bestreben Seelenverwandte, was ich ja gesagt habe, das ist cool, aber macht momentan noch nicht so viel Sinn. Ich habe jetzt ihr Bestreben ebenfalls auf herrlich reich geändert. Damit ist sie natürlich direkt hier drauf gesprungen. Und ihr seht es, von den 200.000 Simulians verdientes, was sie braucht, hat sie schon 193.000. Denn sie hat einfach so viele Bücher geschrieben, so viele Tantiemen bereits bekommen, dass sie schon so ultra dran war. So, ich bin mir los hier, ich kann gar nicht reden. Das war ja das, was ich meinte mit Sergio. Ob es nicht fast sinnvoller wäre, ihn auch zum Autor werden zu lassen, weil man da eben halt so viele Tantiemen bekommt täglich. Ja, das habe ich jetzt mit Emi ausgewählt. Und ja, ihr seht es, sie ist ganz, ganz kurz davor, das Bestreben herrlich reich abzuschließen. Und dann kassieren wir nämlich mit Emi richtig dick Zinsen. Das heißt, wir kommen den Finken deutlich näher und haben dann damit eine sehr gute Einnahmequelle. Ohne, dass Emi dafür was tun muss in Zukunft. Ja, bei 305.000 Simulians wollte ich umziehen. Dann sind wir ganz, ganz knapp über dem, was die Finkas kosten. 234.000 haben wir jetzt hier. Wenn ich jetzt das Haus abreißen würde, hätten wir 65.000. Das heißt, wir sind ja bei 299.000, ganz grob. 299.700, noch was immer. Ne, 600 noch was. Kurz zu einem 700. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das heißt, wir brauchen noch ein kleines bisschen. Aber das wird jetzt kein großes Thema mehr sein ab morgen. Ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich jetzt noch weiter aufspiele und sie schließe das Bestreben ab, haue ich schnell die Aufnahme an, dass ihr dabei sein könnt bei diesem großen Schritt. Danach können wir Emi definitiv wieder ein anderes Bestreben wählen. Ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut, was ihr euch bei Hendrik für Bestreben wünscht. Relativ weit oben war sowas wie Beliebtheit. Ich weiß nur nicht, was haben wir denn hier? Haben wir hier Gründen oder in der Gruppe beitreten, Gruppenvorteil kaufen. Beim Lighthouse, das wäre vielleicht auch ganz cool. Privatversammlung, Lauffeuer. Das ist eigentlich... Eigentlich ist das gar nicht so schwer, oder? Was könnte man sonst noch machen? Natur, er könnte Anglerass werden. Das wäre eine Möglichkeit, Outdoor-Fan bestimmte Pflanzen ernten, für den Fisch in Granite Falls fangen. Kräutergrundefähigkeit. Zweimal Käfer am Lagerfeuer zubereiten? Also es waren doch sehr, sehr unterschiedliche Sachen, die sich gewünscht wurden. Meist der Mixer wurde sich ja auch gewünscht, aber dann muss ich halt die Gastronomie-Karriere einschlagen. Ich wollte eigentlich nichts machen, wo ich jetzt die Karriere wechseln muss. Ich trainiere momentan zu Outdoor-Fan. Anglerass. Ich mache mal hier auch herrlich reich. Boah, dann kriegen wir irgendwann richtig dick. Guck mal hier, wir müssten doch eigentlich schon relativ viel... Was ist denn, wenn wir das jetzt auf ihm auch nehmen? Weißt du was, das machen wir jetzt einfach mal. Oh, er muss nur 75.000 verdienen. Da ist aber auch schon recht knapp vor. Ja, dann machen wir doch das erstmal noch ein bisschen weiter. Können wir ja so oder so beliebig umswitchen, wie wir es gerade brauchen. Seelenverwandte können wir ja machen, wenn es ja sonst heiraten geht. So, ich lasse das Ganze jetzt hier mal ein bisschen schneller vorwärts laufen. Warte mal, ich wollte noch was austesten. Oh, Cleo ist... Cleo muss aufs Klo. Ganz, ganz dringend. Aber ganz, 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 ganz dringend. Dann husch, husch, ab. Ins Familieninventar. Er hat mir gesagt, ich kann die Dinger, kann ich hier im Inventar platzieren. Genau, dann habe ich hier dann wie so eine fertige Pflanze. Und Gott, was haben wir denn hier alles für ein Krams drin? Das können wir am Ende weg, das Sofa ist nicht schön, das können wir verkaufen. Die Medizinhocker finde ich jetzt auch nicht so toll, den können wir noch verkaufen. Das können wir vielleicht mal noch behalten. Wer weiß, wer weiß. Zu den Sternen hochreisen. Hm. Die Schildwache, das ist eine ganz normale Uhr, oder? Persönlicher Börsenticker. Das ist auch ganz cool. Haben wir noch irgendwas? Sternensucher Originalentwürfe, okay. Das hier. Kampf gegen die Dunkelheit. Das ist halt eine Lampe, aber... Die würde ich jetzt eher verkaufen. Oh! Oh, die ist cool. Die müssen wir uns irgendwo zur Deko hinstellen. Was haben wir hier? So ein Diagramm. Das ist noch aus Cleos Alt im Job. Das Namensschild. Stillleben mit Apfel und Kug und Büchern und Flaschen und Blumen. Ja. Finde ich jetzt eigentlich eine Schriftstellerkarriere inspirierendes. Nee, komm, weg damit. Das offene Buch schon eher. Computer festplatten. Ja, die könnte man mal noch irgendwo hinstellen. Und hier haben wir den Sendgarten von der Businesskarriere. Ja komm, mach mal einfach. Das haben wir jetzt erst nochmal verkauft. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie viel uns das gebracht hat. Können wir eigentlich ganz einfach mit Paula auch mitreisen? Also können wir sie mitnehmen? Auch im Inventar, ja, ne? Hat ihr die mir, glaube ich, geschrieben. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Denn ich will Paula ungern hier zurücklassen. Sie ist angespannt. Warum? Sie würde gerne ein Bad nehmen. Wir haben im neuen Heim auch keine Badewanne, oder? Wenn nicht, dann müssen wir das ja noch ändern. Dann kommt man noch in jedes Schlafzimmer, in jedes Badezimmer, in eine Badewanne rein. Weil eine Badewanne wäre an sich schon ganz cool. Wow. Ich kann hier aber auch leider gerade nichts dran ändern. Ah, es tut mir leid. Es tut mir leid. Hier, die können wir weiterentwickeln, ne? Ja, genau. Dann mach du das mal. Sergio ist ja gerade aufgestanden. Den schickt man mal eben ins Bad. So. Guck mal hier, die Geige, die kann sie sich doch auch schon mal wieder ins Inventar packen. So. So eine Yoga-Ecke hatte ich ja auch gesagt, wollte ich noch machen. Werde ich auch definitiv noch machen. Ha. Haben wir hier unten was? Das hier brauchen wir nicht. Das haben wir schon aufgebaut. Das können wir im Endeffekt schon verkaufen. Genauso wie das hier. Das können wir auch schon verkaufen. Im Endeffekt können wir den ganzen Keller schon löschen. So. Haben wir das schon mal gelöscht? Wir werden uns langsam schon mal ans Umziehen machen. So. Haben wir das auch noch mal dazu bekommen? Das löschen wir auch schon weg. So noch mal 4000. Ja, schaut mal. Also ganz, ganz langsam, aber sicher. Jetzt sieht das hier zwar alles ein bisschen trostlos aus. Wir haben keinen Partykeller mehr. Wir haben hier keinen kein, 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 kein Keller generell mehr. Wir haben keinen Pool mehr. Aber mein Gott, wir haben jetzt knapp 267.000. Und ich meine, ähm, Emi wird ja morgen auch wieder einiges an Tantiemen bekommen. Cleo, willst du nicht mal ein bisschen was zu frühstücken machen? Ich meine, ihr habt jetzt hier nicht alle Hammer, 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 Hunger. Aber ich meine, kann ja nicht schaden. Macht doch mal Eier und Toast. Und Sergio könnte in der Zwischenzeit noch ein realistisches Gemälde beginnen. So, ja, guck mal hier. Emi hat nämlich Hunger. Bei Emi kann das definitiv nicht schaden, wenn sie ein bisschen was bekommt. Sie möchte zur Musik aus der Stereoanlage tanzen. Das kann ich leider nicht festpinnen. Komm, dann. Ich beschleunige mal gerade ein bisschen. Oh, jetzt müsste es auch bald, müsste es dann die Tantiemen geben. Dann bin ich mal gespannt, ob sie dann ihr Bestreben abschließt. Und dann müsste sie nämlich Zinsen bekommen. Und zwar nicht zu knapp. So, das haben wir erfüllt. Oh, das Essen ist fertig. Du bist ein Schatz, Cleo. So, soll beiden Mädels Essen schon mal was, während die Männer noch anderen Sachen nachgehen? So, ja, Tür muss heute arbeiten. Ja, muss ja, um 9 Uhr. Dann sollte er vielleicht auch erst mal was essen. Ist jetzt wichtiger, dass er was isst? Oh, guck mal. Er ist ganz, ganz knapp davor, Malereifähigkeit 10 zu erreichen. Da, da ist er ganz, ganz extrem knapp vor. Mensch, wir haben aber auch hier wirklich richtig krasse Sims am Start. So, er, er will auch was essen. Zwarze, er sollte definitiv was essen. Was will er machen mit der Staffelei? Er will eine Staffelei malen. Ach, ist ja süß. Aber das Bild ist leider gerade... Wollte ich eigentlich nicht verwerfen. Tja, das, äh, hoppala. Das ist dann wohl eins der letzten Frühstücke hier. In diesem Haus. Wir stehen jetzt relativ kurz vor dem Umzug, aber ich muss auch sagen, ich bin happy damit. Denn ich freue mich drauf, dass wir dann einiges mehr machen können und nicht mehr nur darauf gucken müssen, Geld, 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 Geld zu verdienen. Freue ich mich richtig drauf, muss ich sagen. Ich habe auch überlegt, ich werde jetzt erstmal eine kleine Baupause machen. So lange, bis wir mit der Familie umgezogen sind. Ich habe ja noch das ein oder andere an Idee. Ich glaube, da war ich jetzt zu langsam. Ne, war ich nicht. So, stell es nochmal weg. Ihr seid, ich habe ja noch die ein oder andere Idee, was ich gerne noch machen wollte. Muss sie heute auch arbeiten? Ne, sie hat heute frei. Okay. Ja, dann müssen wir auch jeden Fall nochmal mit auf die Arbeit. Dann steht eigentlich der Beförderung nichts mehr im Wege. Und dann wäre sie auch schon Ärztin der Stufe 6. Ist auch ganz cool eigentlich. Wir spielen doch mal ein bisschen mit Paula. Streichel sie mal, wenn wir schon keine echten Tiere haben, aktuell. Was soll er machen? Er möchte joggen gehen, weil er energiegeladen ist. Ich glaube, da hat er aber nicht mehr Nähe. Ne, guck mal. Wir haben 8.37 Uhr. Und um 9 Uhr muss er schon auf der Arbeit sein. Das schaffen wir nicht mehr. Dann mal lieber noch ein bisschen an deinem Gemälde weiter. Dann hast du auch die Tagesaufgabe für heute erledigt. Wann kommen denn die Tantiemen hier? Ich bin so gespannt. Cleo spielt... Oh, Cleo spielt Paula was vor. Oh, ist das süß. Tanze, Paula. Tanze. Okay, oh, ist das ein Meisterwerk geworden? Ne, ne? Dafür bringt es noch zu wenig. Ach, halt, er muss arbeiten. Ah, schade, zu 75% erledigt. Ja, dann hau mal rein. Mach mal ein bisschen... Wir machen... Bis wann muss er denn arbeiten? Bis 17 Uhr. Okay, dann machen wir folgendes. Dann lassen wir ihn... Ab 14 Uhr lassen wir ihn dann fleißig arbeiten. Können wir jetzt noch irgendwas anderes? Bei Boss einschmeicheln können wir doch machen. Dann wird es doch auch was heute mit der Beförderung. Ja, wann kommen die Tantiemen, nu? Ja, da sind sie. Bäm. Nice. Abgeschlossenes Bestreben. Knausern, Sparen und gute Entscheidungen haben alle zu folgendem beigetragen. Noemi hat ihren Traum verwirklicht, herrlich reich zu werden. Verdient das Merkmal klug. Auf wöchentlicher Basis prozentual anwachsende Haushaltskasse. Genau, je mehr wir haben, desto mehr bekommen wir. Das heißt, der Umstieg wird ziemlich steinig werden. Ich weiß noch nicht, wann es wöchentlich die Zinsen gibt. Wann ist er wöchentlich? Immer sonntags? Dann würden wir ja morgen welche bekommen. Das wäre cool. Ja, damit können wir jetzt das ja auch dann... Abschließen im Endeffekt. Das hier, wir haben keine 15 Kunstwerke. Renaissance-SIM, drei Bücher zu Ende lesen. Alles können ran, warte mal. Hat sie hier nicht irgendwo Autorin? Bestseller-Autorin. Sie muss zwei Bücher schreiben. Eine Stunde schreiben, wenn sie inspiriert ist. Das könnten wir vielleicht als nächstes mal machen. Wie wird sie noch mal inspiriert? Ah, ich weiß schon wieder nicht mehr, wie sie inspiriert wird. Verflixt durch Angucken von Gemälden. Wie wird sie noch mal inspiriert? Ich weiß es nicht. Sie muss halt heute auch auf die Arbeit. Wir könnten sie ja trotzdem noch mal ein Buch schreiben lassen. ein Fantasy-Roman. So, eine Stunde hat sie noch Zeit. Er muss auch heute arbeiten. Er müsste noch Videospiele spielen. Der mechanische Jahrmarkt, okay. Hier, spiel dann noch ein bisschen. Spiel spielen. Road Rival Alpha. Spiel mal noch ein bisschen dieses Kampfspiel. Oh, hier, füttern. Nicht, dass da noch ein Sim drauf geht. Das wäre ungünstig. Was könnten wir denn hier noch machen? Ach, guck. Das hier hat sie bis dahin schon. Okay. Vermögen können wir noch machen. Ach, schau. Da hat sie auch schon so viel. Machen wir jetzt hier erstmal überall Vermögen hier. Herrlich, reicht. Und dann haben wir hinterher... Ja, das würde uns natürlich extrem viel Geld bringen. Dann haben wir nie wieder Geldprobleme. Ist vielleicht gar nicht mal so dämlich. Wie gesagt, uns bleiben ja die... Uns bleiben ja die anderen Parts erhalten. Hier. Das haben wir ja schon abgeschlossen. Von daher ist es wahrscheinlich wirklich gar nicht dumm, wenn wir jetzt überall erstmal herrlich reich machen. Beziehungsweise bis auf Emi. Denn sie ist ja halt schon durch. So. Gut. Wann müssten ihr jetzt alle? Emi hat ja heute frei, hatte ich gesagt. Genau. Sie können vielleicht noch ein bisschen Yoga üben. Mir fällt gerade nicht großartig ein, was sie sonst noch machen könnte. Wie weit ist sie denn mit Geige spielen? Damit ist sie auf... Oh, auf 9,5 auch schon. Also auch schon recht krass. Oh, Emi muss auf die Arbeit. Uh, uh, uh. Die ist schon wieder ein bisschen spät dran. Ba, 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 bam. Aber sie hat die tägliche Aufgabe abgeschlossen, denn das habe ich im Off schon gemacht. Hm. Ab 14 Uhr wollte ich sie halt hier ein bisschen härter schuften lassen. Okay. Er hat seine Tagesaufgabe zu 75% erledigt. Erst hat er sie abgeschlossen. Das heißt, es sieht so aus, als ob er damit auch richtig gut dann... Schrecklicher Assistent. Der schreckliche ehemalige Assistent von Noemi behauptet, er hätte große Teile des neuen Buchs von Noemi geschrieben. Der Assistent konnte kaum die Kaffeebestellung aufnehmen, aber Noemi will nicht kleinlich sein. Soll sie die Wahrheit sagen oder aus Höflichkeit sagen, der Assistent hätte geholfen? Wir sagen die Wahrheit. Der Assistent von Noemi war so dumm, dass er nicht mal einen Satz bilden konnte. Jetzt, wo Noemi der Welt davon berichtet hat, wird der Assistent wohl nie wieder arbeiten. Ups. Das tut mir leid. Was will sie machen? Sie will etwas lesen, weil sie konzentriert ist. Etwas lesen. Eine Gruppenversammlung einrufen. Ja, das müssen wir auch. Wir müssen dringend nochmal eine Gruppenversammlung machen. Das haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. So. Sergio, lassen wir jetzt fleißig arbeiten. Oh, er ist angespannt. Warum? Pfade Umgebung. Na gut, du bist auf der Arbeit. Es ist klar, dass da die Umgebung pfade ist. Programmieren üben. Warum will sie programmieren? Kannst du gerne mal machen, aber ich wollte jetzt eigentlich, dass du ein Buch liest. Das hast du nämlich gerade als Wunsch. Hallo? Warum kann sie denn da nichts lesen? Ähm. Warum? Wir haben keine Bücher da drin. Nein! Komm, lass gut sein. Hier, die Eier, die können wir schon mal einsammeln im Endeffekt auch. Das können wir alle schon einsammeln. Ein- sammeln. Weil die Eier werden ja mitkommen. Ich denke, ich werde tatsächlich noch einen Sammelraum in den Keller bauen. Ich finde das einfach cool. Ich will das gerne mitnehmen. so, zack und zack und zack. Mensch, also hier, oh, 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 eine Cheat-Chance. In den letzten Trainingstunden vor einem Spiel entdeckt Hendrik ein bisher noch unbekanntes Exploit in der Wettbewerbsversion des Spiels. Er kann es während des Wettkampfs zu seinem Vorteil nutzen oder allen davon erzählen. Wenn er fair ist, erzählt er es allen. Wie ehrenhaft. Hendrik verinformiert den Veranstalter und die Entwickler können eine Version ohne Exploit zur Verfügung stellen. Er stellt sich heraus, dass sein Gegner das Exploit zu seinem Vorteil ausnutzen wollte und somit hat Hendrik nur leichtes Spiel. Yay! Das ist doch cool. Oh, wir müssen Cleo gleich mal aufs Klo schicken. Ich würde gerne noch abwarten, bis er von der Arbeit kommt. Das ist ja gleich. Das ist ja schon in einer halben Stunde. Weil so wie das aktuell aussieht, müsste dann eigentlich eine Beförderung winken. So sehe ich das auf jeden Fall. Nein, leider nicht. So ein Käse. Hier, verkauft ist man die Kunstgalerie. Er ist auch schon recht weit. Fast 157.000. Also es wird es jetzt. Dann müssen wir aber auch mal noch. So, dann kann er vielleicht hier mal ein bisschen zu dancen. I feel like dancin' up, dancin' up. Wie Pepto-Ugum. Was heißt das? Gesundheit, kleiner Hund. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gehört habe, aber die Nani hat gerade erniesen müssen. Er ist angespannt. Aber du hast doch das Turnier schon gewonnen und hast zumindest gut gespielt. Naja, gut. Gut, ich würde aber sagen, das war es dann auch schon wieder für heute. Unsere Sims waren doch ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Besonders Cleo mit ihrem Bestreben. Das war, glaube ich, wirklich 100% die richtige Entscheidung, das so gemacht zu haben. Oh, Sergio hat Level 3 der Fähigkeit tanzen erreicht. Hooray! Okay, ihr Lieben. Das heißt, morgen sehen wir uns dann hier wieder, denn wie gesagt, ich möchte ja ganz gerne dann hier erstmal weiterspielen. Und Oh, schon wieder aufgelegt, war wohl falsch verbunden. So. Ne, wie gesagt, ich möchte ja hier gerne weiterspielen, damit wir damit wir hier auf den grünen Zweig kommen, damit wir hier zur Potte kommen und bald umziehen können. 277.000 haben wir aktuell in der Haushaltskasse. Was sagt der Grundstückswert? 34.810. Eieiei, wir haben schon einiges, einiges, einiges verkauft. Damit sind wir um 30, mit plus 430 sind wir auf 307.000. Wir könnten jetzt schon umziehen, wenn wir alles abreißen. Hey, hey, ja dann, dann würde ich mal fast sagen, dann nehmen wir das nächste Folge in Angriff, dann wird morgen hier das Haus abgerissen, die letzten Blumen werden noch verstaut, Paula wird weggepackt, ja, und dann steht morgen der Umzug in die Finkas an, babababa, ich kann es nicht fassen, wir sind endlich soweit. Ich freue mich schon mega drauf, vielleicht seid ihr genauso gespannt und freut euch genauso. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao!